stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden dieses Gebet soll und muss gebetet werden dass ich sie retten kann Heilandsworte Milliarden und Millionen mal mein Jesus Barmherzigkeit Barmherzigkeit mein Jesus für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt Milliarden mal und Millionen mal opfern wir das kostbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihren Bluttränen dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat Amen 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 Und ich kann sie retten verkünde es Heilandsworte Ich brauche Sühne, Seelen die dieses Gebet täglich womöglich mehrmals beten Ich danke euch dafür meine lieben Kinder Gott segnet euch mit seiner göttlichen Kraft und auch ich segne euch Eure liebe Mutter Amen Amen Heiliger Josef Heiliger Josef du hast in Bethlehem du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht hilf auch uns eine Herberge für die Liebestämme in den Herzen der Menschen zu finden Amen Allerheiligste Jungfrau Maria tausche bitte mein sündhaftes zwangemütiges Herz aus gegen dein heiligstes unbeflecktes Herz damit du in mir wohnen und der Heilige Geist in mir wirken kann O erfülle meine Bitte du getrude und getreue Jesus damit du bald als Friedenskönig über diese Welt herrschen kannst Amen Goldenes Ave Maria wie der heilige Gertrud offenbart Sei gegrüßt du weiße Lilie der strahlenden und ewig ruhenden Dreieinigkeit Du leuchtende Rose himmlischer Anmut von welcher der König der Himmel geboren und geniert werden wollte nähere unsere Seelen mit göttlichen Einströmungen Amen Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit Amen Maria mit dem Kind der Liebe uns allen deinen Segen geben werden Sie in weinen mit dem Kind der Haus